Calculus dentis. Was bedeutet Calculus dentis? Calculus dentis ist die Bezeichnung für Zahnstein. Es handelt sich hier um harte Ablagerungen an den Zähnen oder dem Zahnersatz. Bevorzugt lagert sich Zahnstein an den unteren Schneiderzähnen an. Hier sind meistens die Innenflächen betroffen. Im oberen Seitenzahnbereich entsteht Zahnstein häufig an den großen Backenzähnen. Wie entsteht der Zahnstein? Zahnstein entsteht durch die Kombination von Nahrungsresten und Bakterien. Zusammen mit der mineralhaltigen Speichelflüssigkeit kommt es zur Verkalkung und damit zu den harten Ablagerungen. Bereits nach einer kurzen Zeitspanne von wenigen Stunden kann sich aus dem weichen, anhaftenden Belag Zahnstein entwickeln. Eine gründliche Zahnpflege und eine professionelle Zahnreinigung einmal jährlich beugen den Zahnstein vor. Untertitelung im Auftrag des Zahner